Und epp. Ah, Lederkarpfen, das schmeckt doch richtig schön. Am Bärensee bin ich hier gerade. Und wo ziehen wir hier raus? Auf einem klassischen Spot. Und mit was angeln wir hier? Mit was Unklassischem. Also, es lübt doch hier schon ganz gut. Gar nicht verkehrt. Ein paar Minuten, beziehungsweise die Nacht über, stand ich jetzt hier schon. Die halbe Nacht, würde ich sagen. Und auch da sind schon ein paar kleine Schuppies reingegangen. Und da geht es weiter mit dem Schuppie. Jawollo. Schuppenkarpfen, recht gezielt bisher. Und ein Lederkarpfen gerade erst dabei. Zack, schnell wieder raus. Perfekt. Und stramm ziehen. Ja, so sieht der Kescher bisher aus. Ich bin schon ganz zufrieden. Gewichtsmäßig, würde ich sagen, könnte man da noch ein bisschen dicker dran gehen. Allerdings zulasten der Frequenz. Sieht man ganz gut da dran. Ich habe hier zwei Routen mit einem 1.0er-Haken. 1.0er-Haken. Und dann bei der dritten Routen ein 1er-Haken. Und da zuppelt es deutlich mehr. Würde also für dich bedeuten, wenn du in dem Level-Bereich bist, dass du jetzt hier vielleicht gerade auch an die Festung kannst. Oder sagen wir mal, du bist hier an den Bärensee. Oder du bist in dem Level-Bereich, dass du, sagen wir mal, vielleicht schon eher so die... Die... Och, guck mal, eine Schleier. Rabamm. Die HSV als Rolle dann hast. Dass du dann halt schon ein bisschen mehr Tragfähigkeit hast. Dass du dann eben hier auch hingehen kannst. Das Setup vielleicht eher so zusammenbaust, wie jetzt hier die dritte Routen. Also mit einem 1er-Haken. Und dann gebe ich ihm. Ich stand heute Mittag auch schon mit einer anderen Köder-Kombi. Hier oben in dem Bereich. Das ging auch. Es war ganz okay. Da stand ich dann mit Himbeer. Also Pop-Up-Rick und Himbeer. Das wäre eine Möglichkeit. Und ich habe heute tatsächlich nach langer Zeit auch mal wieder eine Goldschleie gefangen. Und zwar hier hinten in dem Bereich ist ein Baum. Ich glaube, das ist der einzige Baum, der seine Blätter verliert. Sieht auch ganz geil aus. Die ganze Area hier vorne, überall so ein paar Seerosen. Und es rieseln so langsam immer so ein paar Blätter runter. Und wenn man da so knapp vor die Seerosen wirft, dann... Ich weiß gar nicht, was waren das? 15 Meter vielleicht ungefähr vom Gefühl. Dann hat da die Goldschleie ist dann da reingerasselt. Vom Köder her muss ich tatsächlich kurz überlegen. Es war nicht... Es war... Es war... Es war... Ich meine, es war nur die Sahne. Genau. Es müsste nur die Sahne gewesen sein. Sahne, Mais und nichts anderes. Und... Ähm... Jo. Da rasselte das Ding rein. 1,1 Kilo. Also nicht besonders groß. Aber immerhin. Und ich meine, es war so um die... Äh... Um die 30 Silber für so ein Fischchen. Schmeckt. Kann man gerne machen. Also... Ja, bisher hier an der Stelle, wie gesagt, sieht es ganz gut aus. Ich stehe hier, äh... Ja genau, 44,50 auf 23 Meter geklippt. Und wir gucken natürlich auch noch mal rein. So sieht das Setup hier aus. Berserk Hooks. Ich bin hier relativ dick unterwegs. Ähm... 1,0er Haken. Und, äh... Auf dem kleineren Setup, wie gesagt, mit dem 1er Haken. Solltet ihr hier mit, wie gesagt, mit der, ähm... Mit der HSV als Rolle stehen. Und der Carp vielleicht, oder vielleicht sogar mit Fiederruten. Dann natürlich da deutlich leichter reingehen. Bedeutet natürlich dann auch hier vom LED Core, was ja entscheidend ist, ähm... Deutlich dünner gehen. Passend, äh... Zur, zur Schnur. HSV, sagen wir mal mit einer 22er, 23er Schnur. Dazu so ein LED Core, 18 Kilo, könnte man nehmen. Und, ähm... Dann passend natürlich ein dünneres Vorfach, Vorfachsmaterial. 1er Haken und gib ihm. Also, so wäre das dann ganz praktisch. Was ist hier jetzt der Köder? Der Köder, in dem Fall hier, die, äh... Milchcreme 16 Kombi mit Vanille. Und dazu Milchcreme. Gehen wir mal im Detail rein. Milchcreme als Dip. Da hatte vor einigen Monaten, äh... Der Devilous. Wir saßen da und hatten da, äh... Rumphilosophiert und was man nicht alles nehmen könnte. Und irgendwann meinte er da, Algen... Hast du schon mal geguckt, was da drauf steht? Denn das Teil hieß vor nicht allzu langer Zeit noch außerhalb der Verpackung, äh... Oben im Text, äh... Minzkuchen oder sowas. Und auf der Verpackung stand schon immer Milchcreme Dip. Und das wurde jetzt zuletzt auch noch aktualisiert. Und, äh... Und, äh... Das wird auch jetzt zur Zeit, glaube ich, immer wieder ganz gerne verwendet. Gerade, wenn man eben sowas wie Milchcreme natürlich verwendet. Oder wenn man hier mit Kokossahne dran ist. Oder, oder... Oder in Vanille am Bernsteinsee. Äh... Wenn man das kombiniert, kann man das bestimmt auch ganz gut machen. Also, das ist der Köder hier. Sechzehner. Hier auch nochmal Sechzehner mit einem 1-0er-Haken. Und dann sind wir hier... Zack. Da sind wir genau mit dem 20er Vanille- und Milchcreme. Also einmal einen kleinen Boily auf dem größeren Haken. Und einmal einen großen Boily auf dem großen Haken. Würde also bedeuten, hier auf der Route geringste Frequenz. Ähm... Wenn dann was reingeht, im Idealfall halt was ganz Großes. Hier vielleicht eine etwas höhere Frequenz. Ähm... Und dann die Chance auf, ich sag mal, mittelgroße. Und hier eigentlich große Frequenz auf relativ kleine Fische. Das sollte in der Theorie so passen. Bisher habe ich noch keine Futtermische mit drin. Wenn wir uns mal die normale Futtermische anschauen. Das ist die ganz normale Original-Standard-Futtermische. Dann könnten wir die doch durchaus verwenden. Das heißt, wir haben zwar hier jetzt so ein paar Basics. Und die ist auch wirklich nicht spektakulär zusammengebaut. Und man kann die mit Sicherheit auch noch pimpen. Aber wir haben doch hier als Basis auch schon die Vanille mit drin. Würde also für dich bedeuten, wenn du noch gar nicht so weit bist. Vielleicht auch beim Skillen oder sowas. Einfach mal hier mit der Basis Karpfen-Futtermische die mit rausschmeißen. Und das mache ich jetzt auch. Ich ballere mal mit raus. Mal gucken, inwieweit sich das auf... Ja, könnte ungefähr noch passen. Ich ballere die mal durch. Ich glaube, es waren noch acht Stück oder so. Neun Stück. Alle raus. Ich werfe jetzt hier ein bisschen höher. Und mit maximaler Power. Zack. Dann kommen wir so ungefähr auf die 21, vielleicht 22 Meter. Und mit dem Wirkungsbereich sollten wir dann doch noch da drin sein. Man kann auch ein bisschen knapper klippen, wenn ihr hier den Clip so auf 21 Meter macht. Und dann mit genug Power. Das ist wichtig, dass eure Poweranzeige voll ist. Dass ihr genug auswerfen könnt. Und dann raus mit den Lümmels. So, da haben wir doch schon den nächsten. Also, ich muss wirklich sagen, Einserhaken läuft gut. Kann man echt nichts gegen sagen. Einserhaken und dann Gib ihm. Ich werfe ein bisschen mehr. So. Einserhaken und Gib ihm. Gar nicht verkehrt. Raus damit. Ja, nicht zu nah hier ans Wasser stellen. Wir wollen die Routen ja nicht ans Wasser stellen. Denn das verscheucht. Genauso wollen wir da nicht drin rumrennen und rumplanschen. Die Scheuchwirkung, die sparen wir uns. Ja, wie könnte man jetzt noch eine Futter-Mische optimieren, wenn wir da nochmal reingehen und uns die Original-Karpfen-Mische einmal zusammenbauen. So, da haben wir sie. Das ist die Original-Mische, wie man sie jetzt quasi manuell dann nochmal nachbaut. Ihr seht, es sind noch zwei Komponenten frei. Und was man natürlich auch machen könnte, wir könnten die Vanille. Die könnten wir, die Standard-Vanille in vielleicht Vanille-Creme. Können wir das nochmal kombinieren oder austauschen. Das heißt, dann haben wir hier nochmal eine kleine Abwandlung mit drin. Und dann könnten wir natürlich alles verwenden, was hier auch nochmal in Richtung Milch geht. Und dann wären das hier natürlich Milchcreme-Pop-Ups. Das könnte man natürlich nehmen, dass wir hier vielleicht sowas schreddern. Da natürlich aufpassen. Das Überfüttern wird dadurch natürlich schnell gesteigert. Ich kann mir auch vorstellen, dass man hier mal sowas wie so ein Milchpulver einfach mitverwendet. Warum nicht? Ich glaube, ich ballere das vor Spaß einfach mal rein. Und als weitere Komponente nehme ich dann allerdings nochmal Sahne. Oder gibt es noch was anderes mit Vanille? Vanille-Creme wäre jetzt hier Vanille-Pellets. Könnten wir natürlich auch nehmen. Nehmen wir nochmal die Vanille. Das heißt, wir haben Milchpulver und wir haben kleine Vanille-Feed-Pellets. Das heißt, damit haben wir jetzt hier eine Karpfen-Plus-Milch-Vanille haben wir jetzt hier. Das heißt, das ist jetzt hier die Original-Mische. Zack, so benannt. Ich speichere mir die auch immer gerne ab, weil es so ein bisschen in Richtung von einer Standard-Mische ist, die ich dann einfach abgewandelt auch immer mal wieder für solche Sachen verwende. Zack, anfertigen, ausprobieren. Wenn das Ganze nix lüppt, gerade hier mit dem Milchpulver. Ist natürlich schon ein bisschen freaky, aber ich denke, das kann gut gehen. Dann werden wir sehen, ob das lüppt oder nicht. Und wenn es halt nicht lüppt, dann wird es einfach wieder rausgeschmissen. Muss man einfach mal testen. So, also im Großen und Ganzen, ich bin komplett zufrieden. Bisher sieht das gut aus. Heißt also für dich, wenn du Bock hast hier aufs Karpfenangeln am Level 18 Gewässer. Wobei, wie gesagt, unter Level 20, unter einem vernünftigen Setup würde ich hier auch gar nicht hingehen. Wartet da drauf, dass ihr euch quasi die HSV kaufen könnt und dann geht es auch richtig los. Da macht das Karpfenangeln auch erst richtig Spaß. Vorher war das halt, oder früher war das halt nicht möglich mit der HSV. Da gab es nur die Alpha, die Alpha 8000. Auch das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Aber mittlerweile ist die HSV levelmäßig besser, tragfähigkeitsmäßig besser und auch upgradbar. Von daher ist das doch mittlerweile die Empfehlung Nummer 1. Halbe Stunde bisher, gute Frequenz, 100 Silber, schmeckt. Kann man so machen, kratzsching. Ich mache noch ein bisschen weiter. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri. Petri.